der überzerstörer kann nur vermischt begrenzte zeit in den niedrigen umlaufbahn bleiben achte auf deine mission zeit wieso was wir wollen die insekten da machen da sind schon der gegner der hat schon direkt angerufen ja warte ich habe einen guard dog von man kann aber sollte dann weiß was hier ein werfen zum teufel ist dahinten los warum sind da sachen am explodieren nein du hast nicht so ist nicht okay denkt nicht mal dran wenn ich mal den haufen schießen so seid ihr ja ich sehe schon auf anderen seite löcher ich krieg von der seite nicht sagen man sie zu verdächtig aus aber versuchen löcher ja kaputt machen können oder in gedreht mit ja nichts bauen wie blöd aber ich habe mich klar alter ich rede gar nicht von hier auf die eier da waren stürmer glaube ich habe ich dann überlebt er ist kein stürmer er ist auf mich zu gerannt war macht er das dann ja weil er so mich zu gerannt aber ein loch ist so kein anderes irgendwie war ja nur ein loch was sind also viele gegner man wird hier so wir müssen schon okay wir müssen aber in beide gebiete ich wollte schon sagen okay da war noch mit ging noch das ist ein stürmer da hinten da ist ein stürmer ja das ist ein stürmer muss man weggehen wir müssen dieser blinkende punkt okay ich muss mal kurz hier das ging jetzt gerade noch mal schauen was das leben noch so für uns breit ich habe nicht gesagt das ist ein gutes leben das ist ein lieb wir sind sicher haben sie gedacht wir sind keine bedrohung ich habe gerade gesehen er verfluchten pflanzen jetzt mal okay so war bei einer vernichtung ich sehe ich sehe es mal noch erledigt ich habe auch erledigt das ist noch eins das ist noch eins ich versuche gar nicht erst den von vorne zu befallern das ist noch eine probe ich glaube nicht wird gemacht da und sind aber ich will ich habe trotzdem mal drauf geschossen ich weiß nicht ob ich den erreiche aber ich versuche es mal nach den 22 da sind 22 ich glaube dass die treppe wir haben zwei stürmer ich weiß nicht wir sind beide am leben natürlich sind sie noch beide am leben ich weiß nicht wo der andere ist aber pflanze ich habe jetzt gerade unsere pflanze reingelaufen hat schaden genommen dadurch aber der mich gewohnt hatte da noch voller ap der rennt auf mein geschützlos ich habe noch von ap ich glaube ja 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 gezeichnet jetzt er war aber hin weil man da bleibt man da kollege bleibt man da ich glaube er ist dort bewegt sich den er bewegt sich er bewegt sich ich sehe die mission der hängt ja nur irgendwie fest ich werde es bringt von vorne nix ich habe keine gelassen gegner aber dass wir natürlich wenn ja wenn er fest naja wir haben alles erledigt gehen wir mal zu diesem blauen dinge auf der karte haben noch 29 minuten er hat euch dann zum party eingang aber war ich was mein gott wenn du aufgeladen wir müssen wir müssen da lang andere richtung man schafft aber immer einer hier noch mal zu rufen am ende da sind einfach zu managen war nein dann lasst mich ein aber hier zum einsammeln und zum naschen und zum spiel also machen wir nicht haben wir noch zeit und leben ja okay hier waren wir kämpfen mein gast es gab dir die leiten an ok ein stück mein ding ist abgeprallt wo kommen die auf einmal ja kommen wir da angesprungen nein da kann ich nicht wieder leben millionen sturm nein hat er der tat voll zerfetten gleich aus dem weg springe das werde ich mal um kollege zeit mit einem hintern ja jetzt kann ich meine sekunde hier bei einem zeug ja das ist mir aufgefallen ich glaube das müssen wir eher machen der hat mich schon wieder gewandt wieso kann er meinen schwein er muss versuchen gegen so ein felsen rennen zu lassen und ist dann habe ich ein bisschen betäubt sein panzer kaputt im legen ich kann nein und dann kommt ein buch durchbruch weil wir nichts wegen der machen können irgendwie vernünftig die demokratie ist da ich bin so gut wie tot ich bin tot nein oh leute ich bin ja noch nicht mal da angekommen oh gott so ist leider auf ihn ja ich weiß nicht ob ich das schaffe ich habe mich selbst in die luft gehabt mit der granate hatte war ja ich war ja das ding so schwierig jetzt zu erledigen naja jetzt mal will ich so auf 2 trifft er mich noch ja ich ja 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 kauf ja ich vielleicht ist noch mal gut der stimme ist tot nämlich an mit deinem ding glaube ich wir schauen jetzt nicht zu diesem reagent wo ist mein zeug er ist ein granatwerfer glaube ich ja ein gar doch habe ich schon vorhin noch mal gespawnt wo der jetzt weiß ich nicht noch mal die löcher war kaputt genau was meine lösche er kaputt da haben wir weg du stück stellen sich genau davor kann man mal eine sekunde stellen ja war ja man geht mir bitte so haben wir als eingeladen wegen noch ein paar sachen von mir blöde blöde fauna durchschlag liberator sind deine sachen irgendwo sind wir aber noch das ging ja nach und auf und von ich glaube neben mir ist auch einer ich habe das ding schon aktiviert ich halte gerade in der hand wie funktion ändert eine johann schlag mein klein dann müssen wir auch hier machen ich habe hier gerade ich bin ja gerade bei der rote spieler wenn ich wüsste wo wir erlangen müssen die karte ist nicht funktionieren richtig richtung ich will aber andere ich habe nicht viele optionen also ich muss als nehmann ich ja haben kann ok die insekten kommen mir entgegen geflogen die toten insekten ja mein betal schlag geworfen der ist nicht explodiert meine fehlte ich sehe gerade am 11 normale proben alter ja noch um die kümmern die alle kommen die uns verfolgt haben das stimme noch da oder hat der kann bock mehr gehabt ich sehe ja nichts mehr kann ich auch klettern warum kann ich ja nicht hochklettern ja voll einfach ja voll ja j mit stürmer bist du hier noch vorbeigekommen ich habe jetzt mal gegen die wand gelaufen weil man da kollege nein wahrscheinlich ein paar mal ignorieren ein rober schießt mir die ganze mit ein leider habe ich meine aber auch schon wieder bauer schon da okay aber auch gegen gegen pierre gekämpft optional zieler war noch zwei andere wo denn ich habe nichts gesehen den bonus die markt kriegen aber ganz schön von null auf null wir haben diesen krieg da begonnen wir hatten hier thema ich muss ich muss sparen für meinen schrotgewehr so weiter geht es warum wir haben die ja wir haben ja abgeschlossen die operation was wieder der neue planet hier ich nehme man da kommt die operation ist abgeschlossen jetzt genau wieder gleich was wir vorhin gemacht haben wieder eier suchen und dann weiß nicht kampagne mit höherer priorität das ist einfach nur ihr der aktiver das terminieren kontrollsystem auf erhalter prime fändere drei und turing das einfach nur ein generalbefehl deswegen ist das hier ich mag den planeten aber nicht das ist so dunkel ja ich sehe da irgendwie nichts also helmeyer nein danke sagen wir haben auch keinen anderen planeten jetzt auswahl für die insekten gerade wir haben nur den neuen da den grad haben der dunkle und hier helmeyer aber auch gar keine lust haben wir sind feuer stürme und den anderen dem er gerade gemacht haben kann ich auch irgendwie nicht mehr machen dann müssen wir zurück zu den robotern wir haben wir haben wir zwei planeten zur auswahl irgendwie bei den insekten der eine ist kacke und der andere auch also aber wir müssen euch die stürme wir müssen neue pierre suchen nicht noch da gehen wir mal nach helmeyer operation ja lässt sich ja nicht vermeiden plätze suchen und zerstören naja lass das mal den hinter kontinale raketen stürmer müssen wir langsam mal so ein bisschen raus haben wir mal die erledigen kann ja ich glaube diese orbital schläge diese präzisionsdinger übrigens auch wenn ich so bei insekten brauche ich dann ja wieder mein ding das hier war die adler steuerbombe ja ich habe die adler steuerbombe im moment da ist ja gut gegen die ich habe dich schon bei den großen radios ne und da sind immer viele gegner das sollte eigentlich nicht gegen die stürmer funktionieren da kann keine schwergepasst ein gegner töten was auch machen kann ich kann meine ich kann meine andere benutzen die voll lange dauert so viele gegner wie möglich da sind wir zwar auch in gefahr irgendwie aber wenn dadurch ein stürmer kaputt geht das kann ein leben nicht zu drucken aber es macht sich auch zu einem leichten ziel für nahkampfeinheiten wenn ich bin hier oben ist das denn ein seiner evakuierung weil so am leuchten ist ja da muss man hin so stark beleuchtet ist irgendwie sehe ich ja nicht viele rote dinge auf der karte ja genau da müssen wir hinten eine sekunde sollte ich mein dickes ding da breit gemacht das sind diese gibt spucker sind hatte ich habe ich erledigt schon aber müssen wir wieder start kurz durch die gegend schleppen hier ist hat es hat hier ja so ehrlich stimmt genau genau ich vergessen ja wenn ich sterbe lasse ich glaube ich fallen da muss ich einsammeln oder ich sehe irgendwie bei mir auf dem ding mein gott die dinger sind jetzt voll schnell tode weil ich mich mit meinen mein gott mit darauf baller nehme ich an das gar tut er glaube ich ja ziemlich präzision ich sehe den manchmal ja ja der gegner direkt in den kopf schießt er so haben sie irgendwas tut noch dabei schießen müssen wir sind zu entlasten nicht bei den insekten ist er perfekt wenn ich meine kommt keine stürmer wenn die anderen fücher herumlaufen schon gesehen habe ich noch erreicht ja er ist nicht gestorben ist klar der war direkt davor weil ich war voll weit entfernt jetzt mich von hier oben ich weiß nicht mein gott ich habe den gerade gewandt schon ich habe den gar nicht in den ausgeschmissen so hat ihn jetzt gekehlt er ist unbedingt im air strike dann nehme ich an hat auch ein paar schaden gemacht wer hat mich erledigt immer von weit entfernt ich werde mal aufhören mich zu wollen schatten so kann man schon ein ding jetzt erledigt hier ein ziel kann ich jetzt bitte nicht mit einschlag wäre super ja sowohl angefangen die mission sandra kennt mehr fahrer bogenwerfer erzählen sogar mitgenommen ich habe bei mir nur so ein ding hier ist das sind die stadt kurz bei mir ist mir ausgedraut wenn ich so ein paar ja 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 ich habe dann trotzdem nicht aber nicht auf den seiten hintern granate im hinterlassen gesagt naja ja 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 ich war über den haufen geschossen aber nein ein paar weniger leute auf mich bitte die ganze zeit wenn ich sterbe geht mein ding weg anscheinend meine markierung ich wusste nicht aber nicht schon ein robot wieder bereit mein karton meinig ich höre schon wieder was da magazin der terminal ist ein gift stürmer und sind die tasten blau du bist du nicht sehe ich gar nicht da ich gehe da unten die dinger mal raus zu sehen muss man herausziehen oder alle dinger draußen in einem feuersteuer eine rakete abfragen grandiose in die noch mal geschützt ist ein stürmer leiten so ja nicht die tornadoes gehen da unten lang und gott sei dank er hat umgedreht wir haben heute also jetzt ein weiterer okay als sicher mann pro seite ich bleibe weg da wir kommen ja weg nein mitten in die richtung nein wir können die explosion von hier aus nicht sehen vielleicht können wir ja die reagenz glaser finden ja dies war kein problem irgendwie wenn ihm weit genug entfernt ist das betrifft jeden gegner überhaupt gehe ich nass da wenn die zecken welcher auf die idee auf diesem planeten gewächshäuser hier mini wickel gewächshäuser ich glaube anspruchsvoll geht noch also es ist schwieriger als mittel aber jetzt nicht so mein gott wir schaffen gar nichts mehr irgendwie also nicht gott es ist schon wieder nicht war mal deiner so lange meiner nicht wenn wir vielleicht auch überlegen zudem zu switchen wieder eine bombe irgendwie laufen wir mal schön weg da wird er nicht triggern aus ja wie komme ich nicht dazu meine dicke einzusetzen wir mal mit einem geschehen sind bringt sowieso ich habe schon die ganze zeit das ist eine dicke pass auf rechts aber sein mhm er hat kein kochen mehr, der stirbt gleich da ist eine Zecke, glaube ich ja, und fangtisch, boh ich habe ja ich habe keinen schluss ja ich habe keinen schluss ich tue nachschub platzieren ich habe gar nicht mal ausgerüstet ich habe mich in die luft gehackt warum haben es schwitzen der manchmal zu meinen kann ich konnte aber ein dickes ding ja versuchen wir einzusetzen das betrifft ok ich habe dann schon wieder zu nah an der sieben dran gemacht scheiße meine kommst du wieder nehmen wir euch auf man zeugt sich auch gerne sprung gestorben da noch hier auf der karte eigentlich nichts also weiße symbole aber ich weiß nicht wenn er auf die weiße symbole da gehen ich weiß nicht was das ist oder sind hat unsere sachen ich gehe mal ein naja den hat ich auch schon hat bekannt schafft gemacht so richtig ja dass mein guard dog okay dann gehen wir mal in die richtung naja da stehen das mit der karte hoffen ich kann machen wir eine richtung an da ist eine zecke die aus der mikrofon ich hätte ich wenigstens dauernden mittlerweile ich habe drei zecken glaube ich ich glaube ja auch irgendwo stürmer bei mir nein wir sind so getrennt man damit klar kommt ich habe keine motion mehr für mein zeug hier ist noch einer dann treffen wir uns am zielgebet ich habe keine schrubgewehr munition ich habe gar keine emotionen mein geldtok ist auch weg da gehen die richtung ungefähr ich brauche den vorrat da ich habe keine munition nein nicht darauf gett hat da wird jetzt nicht gehen nachdem ich das ja ein gesammelt habe ich habe doch gelangt also weiter aber zehn vier schade ich habe jemand zurück zu den robotern denken wir müssen aber ich habe keine lust mehr ich hatte ganz wenn sich immer noch ja noch weiter da ist gerade ein komischer glitsch bei mir ich war irgendwie voll angezogen ja eine vieh noch immer weiter ist es in richtung war ich ja schon wieder kommt wo sie auch immer weiter ist es in richtung war ich ja schon wieder kommt wo sie so ein kleines nest ja das ist ein größeres in der richtung ich habe ja schon wieder ein großes gebrummt da ist irgendwas größeres ich habe keine strakes ich habe keine strakes da 1 ich hoffe ich habe ein stürmer gehört irgendwo eine sekunde eine sekunde bei mir dauert immer ein bisschen ok schon mal richtung evakuierung brauchst du nachschub ja wir können wir können auch nicht nachschub rufen zehn sekunden gemacht vier stücke ja daneben du stück mein geschützt ich habe mich von hinten aber leute lasst mich noch mal ich hab jetzt den 1 den 1 hätte ich auch noch erledigen können was alle erledigt ich bin am fliegen immer so weg bin ich bin mir sicher dass gestorben meiner jedenfalls lassen stürmer wie wir es immer zur evakuierung gehen ich komme nicht klar ja na gott mein gott der kriegt immer noch ein hit rein bevor du mich ich habe sie genau da geworfen wo du warst ich habe die gesehen gerade ja weil er so viel gegner sind ja ich weiß ja ich habe jetzt mir aus der hand gefallen das ist auch nichts bei nur gerade sagen jetzt noch nichts passiert ja ich liebe den traum von ihm von dem erst so ich dachte man der tors animation ich sterbe nicht wenn die weg fliegen die sterben wenn die tot umfallen auch mal boah keine ahnung nächste nächste hoffen da war eine gute granate da kommen die nächsten pärcher alles rum und dran spaß für die ganze familie stürmer 1 da mein drop also ich dachte man ist meine mein erstes freund hier war auch gerade ein stürmer irgendwo also dadurch irgendwo hier sind meine sachen glaube ich hier sind erzeugt zu mir wo ist man muss man zeug sie proben auf der karte ich bin da gerade vorbeigelaufen man hat er nicht gesagt ich sehe keine proben mehr auf der karte wir haben drei seiten proben und so ne ab zum evakuierung würde ich sagen das ist der schad so viel zeit muss sein da ist eine zecke jetzt aber nicht ich sehe du hast keine spritzen ja ich weiß lasst das ändern wir werden wir schon sehen keine sorge ich habe ein dickes ding ja bereit aber da müssen wir sehr weit weg gehen ok er geht einfach rein ich habe noch eins kaputt gemacht da ist eins ich krieg das schwer nicht getroffen ich habe dich nur auch darauf werfen aber es ist so weh ich niemand wirft so granaten wie tannin wie weges ich bin gaston da anfühlt der granaten wir müssen da lang sich gerade oder ja ich weiß ich habe denke sich geweckt da ist eine tecke ein schleimspucker evakuierung ich bin auf dem weg hier ist nämlich noch ein erst in der nähe ein kleines kriegs dann kommen die barrieren wir haben schon genug sachen dann haben wir noch schafft es ein bisschen riskant gerade da hat er jetzt gerade mitten in den dinge gestärkten rufen haben wir noch einmal nur noch die freiheit naja aber auch in zwei zeiten da kommen wir jetzt gemütlich dass man spritzen gleich mehr zwei ich komme jetzt bestimmt ich glaube ich zu dir nochmal rüber kam ja warum geht genau den letzten sekunden dahin ja dann geht dann macht das ist einfach nicht prioritäten haben wir schon als erledigt muss ja wieder gieriger werden ich habe nur eine probe ich bin auch gleich am frecken weil ich kein spritzen habe ich hatte ja dann kann ich ja auch nicht helfen meine brezeln auf lecker